Das Evangelium Gottes, das Evangelium von der Gnade, lag dem Apostel Paulus sehr auf dem Herzen. Wenn wir seinen Missionsdienst näher beleuchten, dann müssen wir sagen, dass es dem Apostel Paulus um zwei grundsätzliche Anliegen ging. Zunächst einmal, um die Einheit zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen zu betonen. Seine Briefe sind gefüllt davon, dass die Mauer in Christus zwischen Juden und Heiden abgebrochen ist und beide nun Zugang haben zu Christus und eine gläubige Gemeinschaft, ja die Gemeinde bilden, das neue Israel. Aber auch das Evangelium der Gnade war die zentralste Botschaft des Paulus. Der gesamte Galaterbrief, Römerbrief, aber auch in anderen Briefen wie der Philippabrief, zeigen uns, wie Paulus es nicht zuließ, dass auch nur ein menschliches Werk zum vollkommenen Rettungswerk von Jesus Christus hinzugefügt wird. Wir werden allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, allein durch Christus gerettet. Wer dem etwas hinzufügen will, entfernt sich vom Evangelium. Zwei große Herzensanliegen also, für die der Apostel Paulus kämpfte. Auch jetzt in Philippa Kapitel 3 kommt Paulus wieder auf das Evangelium der Gnade zu sprechen. Die Philippa kennen es, aber sie sollen es immer wieder hören, es verinnerlichen und sich nicht verführen lassen von jüdischen Lehrern, die da meinten, Jesus ist schon richtig, aber ihr braucht auch noch die Beschneidung. Mit diesen falschen Lehrern ging Paulus nicht zimperlich um, sondern nannte sie Hunde und böse Arbeiter. Sie sind nicht im Dienst für den Herrn und seiner Gemeinde unterwegs. Sie sind vom Bösen und richten Schaden und Zerstörung an. Darum predigte Paulus auch immer wieder dieses eine von Gott gegebene Evangelium. Darin wurde er nicht müde. Er sagte sogar, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Wir wollen meistens gerne etwas Neues hören, aber es ist manchmal gut für uns, dieselbe Wahrheit immer und immer wieder zu hören, sie uns einzuprägen, damit wir fest werden und vor Irrtum geschützt bleiben. Paulus verbindet mit dem Evangelium der Gnade auch die Freude des Christen. Ein Glaube, der in diesem Evangelium der Gnade verwurzelt ist, der kann sich freuen. Daher beginnt Paulus hier in Philippa Kapitel 3, Vers 1 mit einem Aufruf zur Freude. Weiter, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Die Freude durchzieht den gesamten Philippabrief wie Perlen an einer Schnur. Schon in einigen Versen davor kam Paulus immer wieder auf die Freude zu sprechen. Philippa Kapitel 1, Vers 4, Freude im Gebet. Kapitel 1, die Verse 18 bis 20, Freude darüber, dass Christus verkündigt wird, auch wenn die Motive nicht immer rein sind. Philippa Kapitel 2, Vers 17, Freude über den festen Glauben der Philippa. Kapitel 2, Vers 28, Freude über die Gesundung des Epaphroditus und seine Rückkehr nach Philippi. Paulus hat so viele Gründe zur Freude. Weil seine Freude nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Sie ist in Christus verankert. Genau diese Freude sollen die Philippa und auch wir erleben. Freude im Herrn. Hätte Paulus seine Umstände vor Augen gehabt, dann hätte er viel Grund zum Jammern. Er war im Gefängnis. Schlechtes Essen. Schmerzen in den Gliedern, denn er ist ja angekettet. Kein Komfort. Grobe Manieren der Soldaten. Bewegungsfreiheit, die nur auf einen kleinen Radius begrenzt war. Aber nein, Paulus schaut über diese Dinge hinweg. Er sieht Jesus und sein Reich. Er kann sich an Jesus und in Jesus freuen. Hierin liegt auch noch ein großer Unterschied, ob ich mich nur über Jesus freue oder mich in Jesus Christus freue. Ich kann bei einem schweren Regenguss draußen unter meinem Regenschirm stehen und mich über ein schönes Haus freuen. Ich sehe, dass es in diesem Haus sehr gemütlich ist. Ich freue mich über das Haus. Ich selbst aber stehe draußen im Regen. Was ganz anderes ist es, wenn ich beim Regenschauer im Haus bin. Ich kann mich freuen, im Haus geborgen zu sein. Ich habe es warm, genieße eine heiße Tasse Tee und kann es sogar noch genießen, den Regen zuzuhören. Ich selbst aber bleibe trocken unter meiner warmen Decke auf der Couch. Das ist die Freude, im Haus zu sein und nicht eine Freude nur über das Haus, wenn ich draußen im Regen stehe. So dürfen wir Christen in Jesus Christus, unserem Herrn geborgen sein, im Herrn sich freuen. Christus ist der Grund zur Freude, weil ich zu ihm gehöre und in seiner Gegenwart stehe, mein Leben an ihm festgemacht habe und ich in einer täglichen Beziehung zu ihm lebe. Ich darf wissen, dass er mir alle meine Schuld vergeben hat. Ich bin sein Kind. Er sorgt für mich und ich weiß, mit ihm habe ich eine Hoffnung und Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Das müsste doch eine unschlagbare Freude sein. Eine Freude, die nicht von den Umständen abhängig ist. Also nicht, wenn die Umstände passen, dann freue ich mich. Liegen sie mir quer, dann ist meine Freude fort. Wäre es so, dann wäre unsere Freude sehr zerbrechlich. Doch die christliche Freude hat einen tieferen Anker. Christus ist der Fels der Freude. Diese Freude ist dann unabhängig von den ständig wechselnden Umständen, denn Christus bleibt ja. Auch wenn wir mit wackeligen Beinen auf diesem Felsen stehen. Der Fels bleibt trotzdem Fels. Jesus Christus ist unser Fundament, auch in den Stürmen des Lebens. Diese Freude erspart uns nicht einige Achterbahnen im Leben, Tränen, Enttäuschungen, sogar Depressionen. Doch als Christ darf ich mich geborgen wissen in Christus. Selbst vom geistlichen Erfolg darf diese Freude nicht abhängig sein. Wir erinnern uns an Lukas Kapitel 10. Die Jünger kamen zurück von ihrer ersten Missionsreise. Sie waren begeistert darüber, dass sogar die bösen Geister ihnen untertan waren. Aber was sagte Jesus zu ihnen? Darüber freut euch nicht, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freude ist nach Galater Kapitel 3 Vers 22 eine Frucht des Heiligen Geistes. Sie steht gleich am Anfang nach der Liebe an zweiter Stelle. Bei denen, die sich an Christus klammern, wächst diese Frucht. Sie ist da. Natürlich kann sie gefühlsmäßig auch unterdrückt werden, zum Beispiel in Zeiten der Krankheit und der Trauer. Auch sind wir Christen nicht ständig mit einem Halleluja unterwegs. Es gibt Tage, da leidet man unter Kopfschmerzen, Stress, innerer Trockenheit. Aber die Freude soll doch in allen Lebenssituationen eine getroste Grundstimmung sein. Diese Freude im Herrn ist auch mehr als nur ein fröhliches Wesen. Ja, es gibt auch viele Nichtchristen, die von ihrem Wesen her ausgesprochen fröhlich sind. Aber dennoch kennen sie diese Freude im Herrn nicht. Freude im Herrn ist viel mehr als ein fröhlicher Charakterzug. Es ist eine übernatürliche Freude. Von Gott, mit dem neuen Leben in Jesus in uns angelegt und vom Heiligen Geist gewirkt und immer wieder neu gestärkt. Und sie gründet sich in einer lebendigen Beziehung zu Christus in allen Lebensumständen. Paulus fordert immer wieder zu dieser Freude auf. Paulus tut dies ganz bewusst. Es ist nicht so, dass er aufgrund seines Alters sich ständig wiederholt. Nein, er tut es mit Absicht. Gerade hier in dem Philippabrief, der ja auch als Brief der Freude bekannt ist. Es verdrießt den Apostel nicht. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung und die Wiederholung. Ja, wir sollen immer wieder daran erinnert werden, dass wir Grund genug haben zur Freude. Bestimmt kannte Paulus die Aussage des römischen Dichters Horatz, von dem die Worte kommen, die Wiederholung ist die Mutter des Studierens. Ja, die Wiederholung ist auch ein biblisches Prinzip. Die zentralen Wahrheiten der Bibel sollen immer wieder studiert werden. Wir sollen in ihnen immer fester werden. Selten sind wir als Christen so reif, wie wir oft meinen. Niemals erreichen wir so eine Reife, dass wir die Wahrheiten der Schrift nicht nochmal erklärt haben müssen. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns im Herrn freuen sollen, dann ist der unerforschliche Reichtum Christi unser. Dann werden wir nie aufhören, Christus und seine Person und sein Wesen und sein Werk immer noch besser kennenzulernen. Ja, wir sind langsam im Begreifen und Verstehen. Wir brauchen Wiederholung. Wiederholung. Wiederholung meint eben nicht, dass wir die Dinge trocken und stur immer wieder durchkauen. Wiederholung meint Vertiefung. Die biblischen Wahrheiten sind so reich, dass wir immer wieder dazulernen können. Der biblische Befund ist so vielseitig, dass wir beim Bibelstudium oder bei einer Textbetrachtung oft staunen, dass wir einiges beim früheren Lesen gar nicht gesehen haben. Wir bleiben beständig auf einer Entdeckungsreise. Die Frische des Wortes Gottes besteht nicht in der Neuartigkeit, sondern in der Macht und Leitung des Heiligen Geistes, der uns verstehen hilft, dass die Wahrheit, die wir schon kannten, eigentlich noch wunderbarer und kraftvoller und noch herrlicher ist. Paulus als Lehrer weiß dies. Darum wiederholt er sich gerne. Wie wichtig ist die Wiederholung gerade dann, wenn es um das Evangelium geht. Wir neigen doch zu sehr, in das Leistungsdenken hineinzurutschen, weil das religiöse Fleisch es so will. Darum brauchen wir die ständige Unterweisung im Evangelium der Gnade. Gerade wenn wir das Evangelium der Gnade kennen und uns darin beschenkt und sicher sehen, dann können wir uns auch freuen. Denn ab Vers 2 beginnt Paulus mit aller Deutlichkeit, gegen ein falsches Evangelium zu schreiben, das die Freude der Kinder Gottes rauben will. Es fällt auf, dass Paulus ab Vers 2 sehr schnell den Ton wechselt. Daher denken einige Bibelausleger, dass Paulus zwischen den Versen 1 und 2 vielleicht eine schlechte Nachricht erhielt, sodass er sofort umschaltete und vor den Irrlehrern warnte und dann das Thema der Freude in Kapitel 4 wieder aufgreift und fortsetzt. Aber ich denke, dass Paulus zwei Dinge in Bezug auf die Freude hier klar machen will. Erstens, wahre Freude ist im Evangelium der Gnade gegründet. Die Philippa sollen sich nicht von dieser Freude wegreißen lassen. Und zweitens, echte Evangeliumsfreude macht den Christen fest und sicher und daher kann er das falsche Evangelium leichter erkennen. Wenn viele Christen heute bedrückt und verkrampft durch das Leben gehen, könnte es sein, dass sie das Evangelium der Gnade noch gar nicht richtig erkannt haben. Daher ist dieses dritte Kapitel des Philippabriefes eine Veranschaulichung des wahren Evangeliums. Beruht dein Glaube auf Leistung, wirst du nie froh. Ruht dein Glaube aber fest auf dem, was Christus für dich getan hat, sodass Christus dir immer kostbarer und herrlicher wird, dann wird auch Freude aus deinem Herzen sprudeln. Die Hunde und die bösen Arbeiter sind somit die Freudenkiller. Es sind die, die durch ein verkehrtes Evangelium die Freude rauben wollen. Daher müssen wir das Evangelium der Gnade sehr gut kennen. Paulus schreibt hier in Philippa Kapitel 3 Vers 2 Bei Luther klingt dieses Nehmt euch in Acht als Flucht. Aber so ist es nicht gemeint. Die Schlatterbibelübersetzung sagt Habt Acht vor Hunden. Und die Mengeübersetzung bringt es noch deutlicher zum Ausdruck. Seht euch die Hunde an. Also nicht Rückzug? Setzt euch ja nicht mit ihnen auseinander? Flüchtet? Nein, vielmehr schaut hin! Nehmt diese falschen Arbeiter und ihre Verführung deutlich unter die Lupe und entblößt ihre Falschheit. Legt es offen, dass sie ein falsches Evangelium predigen. Es ist nicht das Evangelium Gottes. Es ist nicht das biblische Evangelium. Achtet auf die Hunde. Achtet auf die bösen Arbeiter. Achtet auf die Verschnittenen. So nach der Schlachterbibelübersetzung. Hunde. Damit sind keine vertrauten Haushunde gemeint. Sondern die wilden Straßenhunde hatte Paulus hier vor Augen, die wirklich eklig und gefährlich sind. Auch hier bei uns in Bangkok laufen sie durch die Straßen. Man macht um ihnen einen großen Boden. Hunde war schon immer ein Begriff für die Feinde des Volkes Gottes. Es geht um die jüdischen Gesetzeslehrer, die den jungen Heidenchristen immer wieder deutlich machten, dass sie nicht einfach nur durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Sie müssen auch noch das Gesetz des Moses befolgen. Und dabei stand die Beschneidung deutlich im Vordergrund. Aber Paulus nennt sie Hunde. Ursprünglich waren es ja die Juden, die auf die Heiden herabblickten und sie als Hunde bezeichneten. Aber jetzt verwendet Paulus diesen Begriff auf seine eigenen jüdischen Volksgenossen an, weil sie das Evangelium von Jesus Christus verfälschen wollen. Dadurch werden sie zu Hunden, die den Heidenchristen eine große Gefahr werden. Weiter bezeichnet sie Paulus als böse Arbeiter. Ja, sie arbeiten. Sie sind rührig. Sie missionieren mit ihrem falschen Evangelium. Diese jüdischen Prediger haben oft Paulus hinterher evangelisiert. Überall, wo Paulus neue Gemeinden gründete, da traten sie dann später auf. Sie haben Paulus hinterher gepredigt, um seiner Botschaft des Evangeliums die Spitze abzubrechen. Die Spitze von der Gnade. Allein die Gnade, allein der Glaube, allein durch Christus und durch keine zusätzlichen Werke werden wir gerettet. Aber genau diese Botschaft gefiel diesen jüdischen Gesetzeslehrern nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie behaupteten, Christus ist schon gut und schön. Aber Paulus hat euch einiges unterschlagen. Christus allein reicht nicht aus. Paulus hat euch das Wichtigste verschwiegen. Ihr müsst euch auch noch beschneiden lassen. Nur die religiöse Leistung vollendet den christlichen Glauben. Eine irreführende Propaganda. Paulus konnte manches ertragen. Aber wenn man anfing, Errettung auch nur teilweise auf der Grundlage von menschlichen Werken zu predigen, griff er zu starken Worten und nannte solche Lehrer Hunde, böse Arbeiter und er nannte sie die Zerschnittenen, die Zerschneidung. Sie rühmten sich der Beschneidung, aber Paulus nannte ihr Verhalten die Zerschneidung. Sie zerschnitteten nämlich die Gnade Gottes und zerrissen die Gemeinde, denn der unumstößliche Grundsatz des Evangeliums lautet, aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Paulus stand dem entschieden entgegen, indem er erklärte, ein solcher Glaube zerschneidet das Evangelium. Darum hütet euch vor dieser Lehre. Denn, so fährt er im Brief an die Philipper fort, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Vers 3 Hier gibt Paulus uns eine Beschreibung des christlichen Lebens. Im Geist Gott dienen, Jesus Christus rühmen und ihn groß machen und sich nicht auf das Fleisch verlassen. Christus hat uns ein neues Herz geschenkt, neues Leben und damit auch den Heiligen Geist und jetzt können wir im Geist Gott dienen. Jeder Christ ist dazu aufgefordert, im Geist Gott zu dienen, denn ohne den Heiligen Geist ist das christliche Leben nicht nur schwer, sondern unmöglich. Aber durch den Geist Gottes kann unser gesamtes Leben ein Gottesdienst werden. Wir beten Christus an, wir machen ihn groß, wir haben ihm allein alles zu verdanken und wir vertrauen nicht mehr auf unser Fleisch. Die Werke des Fleisches geben wir in den Tod. Das Fleisch muss immer wieder gekreuzigt werden, sodass der Geist Gottes in uns immer mehr Raum gewinnt und in uns die Frucht des Geistes zur vollen Entfaltung bringen kann. Es geht also nicht um unsere Werke, sondern um das, was Jesus Christus in uns bewirkt hat. Wir sollen unser Leben an Jesus Christus festmachen und nicht an frommen Gesetzeswerken. Wir wissen vielmehr, Christus lebt in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dies ist die echte Beschneidung. Auch im Alten Testament traten die von Gott gesandten Propheten immer wieder auf mit dem Verweis, dass die Beschneidung allein als Ritual gar nicht helfen kann. Natürlich war die Beschneidung für jeden Juden ein wichtiges Bundeszeichen, ein Zugehörigkeitszeichen zu Gott. Aber allein um das Zeichen ging es gar nicht. Wahre Reinigung geschieht nicht am Fleisch, sondern sie muss im Geist geschehen. Darum heißt es schon in 5. Mose 10, Vers 16, So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Und bei dem Propheten Jeremia lesen wir, Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Judah und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um euer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass niemand löschen kann. Jeremia Kapitel 4, Vers 4 Ihre äußere Beschneidung rettete sie schon damals nicht. Dazu war eine andere Beschneidung nötig, von der Paulus im Römerbrief atemberaubend schreibt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Römer Kapitel 2, die Verse 28 und 29 Nach der Lesart des Paulus sind nicht diejenigen Juden, die äußerlich beschnitten sind, sondern die, die es innerlich sind. Und das sind alle, die aus Gnaden von Neuem geboren sind, die sich nicht auf äußere Handlungen verlassen, sondern die innerlich gereinigt sind und Gott aus der Tiefe ihres Herzens im Heiligen Geist Gott dienen und ihren Ruhm nicht in äußeren Zeichen, sondern allein in Jesus Christus finden. Man kann es nicht genug betonen, aber es ist wichtig, dass wir es immer wieder unterstreichen. Zeichen retten nicht. Auch wir als Christen haben gewisse Rituale oder Verordnungen, die an sich keine rettende Kraft haben, sondern nur etwas symbolisieren wollen. Also auf eine höhere Bedeutung und Botschaft hinweisen wollen. Wir werden nicht durch das Wasser der Taufe gerettet, nicht durch Brot und Wein beim Abendmahl, nicht durch das Öl, mit dem wir nach Jakobus 5 kranke Salben, auch nicht, wenn dieses Öl aus Israel kommt, nicht durch religiöse Rituale, sondern allein aus dem Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet. Darum behauptet Paulus mit großer Kühnheit, wir sind die Beschneidung. Seine Predigt war Errettung allein aus Gnaden, allein aus Glauben. Und jedem, der diesem reinen und heiligen Evangelium irgendeine verdienstvolle menschliche Mitwirkung untermischen wollte, dem widersetzte er sich mit äußerster Entschiedenheit. Alle Zeichen im Alten Testament haben ihren Dienst getan. Sie sind alle in Jesus erfüllt. Nehmen wir die Beschneidung oder die Opfer, die Riten, die Feiertage, selbst die Institutionen wie Stiftshütte und Tempel, sie sind alle in Christus erfüllt. Jesus hat alles für uns getan, damit wir durch ihn gerettet und durch ihn in den Himmel kommen können. Jesus hat sich selbst als ein vollkommenes Opfer am Kreuz von Golgatha hingegeben. Es ist vollkommen, allgenügsam, vollständig. Es braucht keine Verbesserung, kein Zusatz ist nötig. Allein durch Jesus haben wir Zugang zu Gott, direkten Zugang. Keinen Umweg mehr durch Priester oder durch eine geistliche Elitegruppe. Nein, der Weg zu Jesus ist offen. Aber auch heute noch gibt es Vorschläge, wie man Jesus ergänzen könnte. Ich denke dazu erst an die römisch-katholische Kirche. Sie spricht von Jesus, aber sie bietet zusätzlich noch eine starke Maria an, die Jesus zur Seite steht. Die Lehre der katholischen Kirche ist deutlich, dass jeder Katholik durch seine guten Werke an seiner Rettung mitwirken muss. In den Lehrsätzen des Trienter Konzils, also in der Gegenreaktion der römisch-katholischen Kirche auf die Reformation steht, und ich zitiere, Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden vergibt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen. Zitat Ende. Also, allein das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit von Jesus reicht nach der römisch-katholischen Lehre nicht aus. Auch im katholischen Katechismus steht, dass jeder Christ mit seinen guten Werken sich das ewige Leben verdienen muss, und manchmal befürchte ich, dass sogar viele unter uns evangelikale Christen katholisch denken. Schleicht sich nicht auch bei uns so eine neue Werksgerechtigkeit ein? Rettung allein durch Jesus, ja, aber dann muss ich etwas leisten, gute Werke als Christ verrichten, immer in diesem inneren Druck, das ewige Leben muss ich mir verdienen, ansonsten schaffe ich es nicht in den Himmel. Lieber Hörer, wenn du so denkst, muss ich dir heute sagen, das ist katholisches Denken, es ist unbiblisches Denken, es steht nicht in Übereinstimmung mit dem Evangelium der Gnade. Jesus hat nie von einem Verdienen des ewigen Lebens gesprochen. Er hat vielmehr gesagt, wer an mich glaubt, Gegenwart, der hat, Gegenwart, das ewige Leben. Beim Sterben muss ich das ewige Leben bereits haben, und wenn du in der Sterbestunde das ewige Leben nicht hast, dann gehst du verloren. Durch den Glauben an Jesus habe ich dieses ewige Leben hier und jetzt, und selbst der Tod kann mir dieses ewige Leben nicht wegreißen. Natürlich ist der Glaube ohne Werke tot, aber die Werke eines Kindes Gottes sind niemals mit einer Werksgerechtigkeit gleichzusetzen. Ich denke, bei Paulus haben wir das schon deutlich im Philippabrief gesehen, Philippa Kapitel 1, Vers 6. Da sagt der Apostel, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Oder in Kapitel 2, Abvers 12, da schreibt Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Oder Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So sieht das Evangelium der Gnade aus. Gott ist in uns am Werk und wir sollen mit ihm zusammenarbeiten zu seiner Ehre. In Matthäus Kapitel 25, da lesen wir vom Endgericht. Die Menschheit wird geschieden. Zu der einen Gruppe wird Jesus sagen, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Und wie war die Reaktion dieser Leute? Sie sagen, wann haben wir dich als Fremden gesehen? Wann haben wir dich aufgenommen? Wann warst du nackt? Wann haben wir dich gekleidet? Wann warst du krank? Wann haben wir dich besucht? Hier fällt uns auf, dass kein Gerechter sich über seine Werke und Leistungen brüstet. Ganz im Gegenteil. Sie wurden in großer Selbstlosigkeit für Jesus getan. Es war einfach der Ausfluss des neuen Lebens. Werke aus Liebe und Dankbarkeit für Jesus. Es war die Gnade, die ihre Herzen verwandelte, aber auch motivierte, Gutes zu tun für den Herrn. Im Gegensatz zu ihnen werden die Religiösen auf ihre frommen Leistungen und Errungenschaften pochen. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Matthäus Kapitel 7. Das ist die andere Seite. Die Religiösen, die pochen auf ihre Werke. Die pochen auf ihre religiösen Leistungen. Sie werden einmal vor Jesus stehen und sagen, haben wir das nicht alles getan? Aber die Gerechten werden sagen, wann haben wir das getan? Weil sie haben es selbstlos getan. Aus reiner, purer Liebe zu Jesus. Die Gerechten werden einmal sagen, nur durch Jesu Blut und Gerechtigkeit werde ich in den Himmel kommen. Sie haben sich schon immer ganz auf Jesus geworfen und nicht auf ihre religiösen Taten. Das Kennzeichen aller Sekten ist, dass sie ihre Zusatzsysteme zu Christus gebildet haben. Sie mögen noch von Christus reden, sie mögen auch Christus predigen, aber wenn du sie länger betrachtest, stellst du fest, sie haben vieles neben Christus aufgebaut. Bei ihnen gilt nicht Christus allein, sondern Christus und. Sie rühmen sich nicht allein über Jesus. Sie prahlen mit ihren Gesetzen und mit ihren Systemen. Denken wir nur an die Momonen, an die Zeugen Jehovas, Adventisten. Sie sind nicht damit zufrieden, was Jesus für uns getan hat. Sie alle meinen, sie müssten Jesus noch unter die Arme greifen, oder aber ihre Sektenführer werden vor oder neben Jesus gestellt. Jesus ist nicht die alleinige Mitte in ihrem Glauben. Oder wir denken an die klassischen Humanisten. Sie wollen Jesus nicht nur ergänzen, sondern Jesus ersetzen. Sie wollen gutwillige Menschen sein. Sie vertrauen auf ihre Anständigkeit und auf ihre guten Taten. Edel sei der Mensch hilfreich und gut, sagte Goethe. Im Licht der Schrift eine totale Irrlehre. Jede Religion hat die Werksgerechtigkeit in sich. Daher ist jede Religion im Grunde genommen eine Rebellion gegen Christus. Jesus wird durchaus von anderen Religionsvertretern bewundert, aber sie akzeptieren nicht seine Gottessohnschaft. Sie leugnen, dass Jesus Gott ist. Im besten Fall ist er ein guter Prophet gewesen, wie es die Muslime sagen oder ein bemerkenswerter Lehrer. Paulus hätte sie alle als Hunde und böse Arbeiter bezeichnet. Wir merken also, wie leicht die Freude ausgelöscht werden kann. Stellen wir uns die Situation einmal vor. Die jungen Christen damals haben das Evangelium von Paulus gehört, sind zum Glauben an Christus gekommen und jetzt sind sie voller Freude über das Evangelium der Gnade. Sie freuen sich über die Gnade, die ausreichte, sie zu retten. Sie freuen sich über die Hoffnung des Himmels. Sie freuen sich über Jesus, der nun zu ihrer Gerechtigkeit vor Gott geworden ist, den sie über alles lieben und schätzen und ihn immer mehr kennenlernen wollen. Sie freuen sich über die Freiheit der Kinder Gottes, über den Geist Gottes, der sie befähigt, Gott zu dienen. Sie sind Feuer und Flamme für Jesus, für das Evangelium der Gnade. Aber jetzt kommen plötzlich die falschen Arbeiter mit ihrem Evangelium der Werke. Hey, ihr seid falsch belehrt worden. Ihr müsst noch dies und jenes tun. Ihr braucht noch besondere Erkenntnisse und Erfahrungen. Ihr müsst euch noch diesen Regeln und Gesetzen unterwerfen. Was geschieht mit der Freude? Sie wird ausgebremst. Sie wird erstickt. Die Heilsgewissheit schwindet. Ist Christus allein nicht genug? Habe ich vielleicht zu wenig getan? Wird es am Ende ausreichen? Sie kommen unter die Peitsche des Gesetzes. Sie werden belastet. Genau das sind die jüdischen Gesetzeslehrer. Aber solche Prediger gibt es auch heute noch. Sie kommen immer mit der Peitsche des Gesetzes und ihre Herde wird eingepeitscht. Ihr müsst das tun. Ihr müsst jenes tun. Und wenn ihr das nicht tut, seid ihr bei Gott nicht anerkannt. Angst breitet sich aus. Die freudige Christus Nachfolge ist nicht mehr da. Keine Freude existiert unter der Last des Gesetzes. Menschen werden belastet. Keine Freude im Herrn mehr. Darum Freude, Evangelium und Gnade gehören immer zusammen. Darum sagt Paulus gebt euch in Acht. Schaut hin auf die Hunde und auf die Bösen Arbeiter. Ja, sie predigen Jesus, aber sie fügen noch so viel hinzu. Sie belasten euch. Sie wickeln euch ein. Sie rauben euch die Freiheit in Christus und die Freude in Jesus. Auch heute gibt es diese Freuden Killer. Sie sind unterwegs, sie sind in unseren Gemeinden und wir sollen genau hinschauen und ihr falsches Evangelium entblößen. Unsere Freude des Heils ist allein in Christus und allein in seiner Gnade verankert. Wir sind geliebt von Jesus. Wir sind angenommen. Wir dürfen Gott dienen im Geist, wie Paulus machen und das Fleisch hat nichts mehr zu sagen und immer dann, wenn sich das religiöse Fleisch regen will, dann müssen wir es kreuzigen, dann müssen wir es töten. Jesus allein ist unser Retter. Ihm verdanken wir alles. Durch seine Gnade dürfen wir zu seiner Ehre leben. Wir sind für ihn unterwegs, aus Dankbarkeit und Freude, aber nicht, weil wir uns den Himmel verdienen müssen. Es wird keinen Menschen im Himmel geben, der behaupten könnte, dass er den Himmel verdient hat. Alle, die dort sein werden, werden nur ausrufen, das Heil ist unseres Gottes. Die Gnade allein und dieser Gnade haben wir es zu verdanken, dass wir hier im Himmel sind. Im Himmel wird die Gnade gepriesen. Wollen wir sie nicht schon jetzt preisen? Denn uns ist ein Evangelium der Gnade geschenkt worden. Das möchte Paulus hier deutlich machen in Philippa Kapitel 3. Und da der Apostel ein sehr guter Lehrer ist, bringt er jetzt als nächsten Schritt sein Leben als ein Fallbeispiel. Davon werden wir im nächsten Video mehr erfahren. Paulus zeigt auf, dass er durch seine Hinwendung zu Christus die Religion des Pharisäertums verloren hat. Und wie viel Reichtum und Segen er durch das Evangelium der Gnade gewonnen hat. Kannst du das auch bezeugen? Oder steckst du immer noch im Pharisäertum fest, in den frommen Werken, in dieser Gesetzesreligion, die dir alle Freude raubt? Und das mag vielleicht der Grund sein, warum du nicht wirklich fröhlich bist in deinem Gott, warum diese Freude nicht wirklich durchdringen kann in deinem Herzen, weil du dich immer noch von dieser Last des Gesetzes niederdrücken lässt, auspeitschen lässt. Es sind die Freuden Killer, es sind die bösen Arbeiter, die dich beeinflussen. Schau auf Jesus, entdecke wieder neu das Evangelium der Gnade. Für das Evangelium der Gnade hat Paulus sein ganzes Leben hingegeben. Für das Evangelium der Gnade stand er. Und für das Evangelium der Gnade möchte ich auch stehen. Verloren hatte Paulus alle seine Vorzüge des Fleisches. Gewonnen hatte er Christus. Und jetzt ging es ihm nur noch darum, diesen Jesus Christus näher kennenzulernen. Ihn möchte ich erkennen, ruft er hier aus in Philippa Kapitel 3. Das wird unser Thema im nächsten Video sein. Verlust und Gewinn. Ich wünsche es mir, dass wir das Evangelium der Gnade gewinnen. dass wir es neu bestaunen, dass es uns in die Anbetung führt. Der Gnade Gottes haben wir alles zu verdanken und das bringt Freude. Lasst uns das Evangelium der Gnade bewahren. Der Herr helfe uns dabei. Amen. O Gnade Gottes wunderbar hast du er rettet mich. Ich war verloren ganz und gar war blind jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt bis hin zur Herrlichkeit. durch Schwierigkeiten mancher In mancher Art wurd ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir zehntausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit.